Am 11. Dezember öffnen garantiert alle Geschäfte von 13 bis 18 Uhr für einen gemütlichen Sonntagsbummel ihre Pforten. Lange Shoppen zur Weihnachtszeit. Genießen Sie entspannte Shoppingtage im Zentro. Montags bis Samstags haben garantiert alle Geschäfte bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Rabatte gibt es auch wieder bei den Weihnachtshits. Das Jette Champs-Kollier mit Glasstein erhalten Sie jetzt für 99 statt für 137 Euro. Bis zu 50% Rabatt erhalten Sie bei Niki, Max und O'Neill auf ausgewählte Artikel. Diese und viele weitere Rabatte finden Sie in den Zentro-Shops und auf www.zentro.de. Freuen Sie sich auf Rabatte während der Weihnachtszeit. Mehr bekommen und weniger bezahlen mit dem aktuellen Winter-Coupon-Heft. Alles was Sie dafür brauchen ist eine Zentro-Card und diese erhalten Sie kostenlos am Service-Schalter im Mitteldom. Mehr Informationen zum Coupon-Heft und der Zentro-Card erhalten Sie auf www.zentro.de. Geschenkgutscheine kommen immer gut an. Mit unseren hübsch verpackten Gutscheinen im Wert von 15 oder 25 Euro machen Sie Ihren Liebsten bestimmt eine Freude. Ab sofort erhalten Sie diese am Service-Schalter im Mitteldom.